Er mag überhaupt nicht bei X stehen und die Leute klatschen. Da kriegt er immer einen kleinen Schreck. Und ich würde mir wünschen, dass ich es so hinkriege, dass er das vielleicht irgendwann sogar mag. Rückwärts soll er nicht stehen bleiben. Ich lerne ihn halt immer besser kennen in so Situationen, die so ein bisschen anders sind. Die Vorübung ist immer die gleiche. Ich möchte Kontakt aufnehmen zu dem Pferd. Er muss meine Stimmkommandos, meine Körpersprachen kennenlernen. Und das ist der Anfang. Und dann geht es weiter. Anhalten, rückwärts. Die ganzen Übungen geht auch mit einem guten Warmblüter. Pferd mit super Charakter. Hat draufgesetzt, geht zurück. Das ist mir lieber, als wenn er draufsetzt und sagt, schnell drüber und mich umrennen. Oh, brav. Oh, brav. Jetzt bleibe ich am Ball. Ich bleibe dran, bis er Ruhe gibt. In dem Moment, wo er Ruhe gibt, dann gehe ich weg. Das ist der weiß, Flucht ist keine Option. Brav, brav. Brav. Gut. Super. Sehr gut. Impuls für nach vorne. Und Stopp. Ruhe will ich haben. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Weil das war noch so das Einzige, wo ich immer noch gedacht habe, das würde ich mir wünschen, dass er sich da einfach noch mehr dran gewöhnt. Super. Test bestanden. Dann langt es für heute. Applaus Ja. 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 Ja.